Das ist der erste dieses Trails und wir werden jetzt da hoch gehen. Es fühlt sich so an, wie wenn ich in meinen eigenen Wallpaper vom Mac reinlaufe. Ich mache nicht den zweiten Trails. Es ist völlig okay. Der Teil brächtet ab, Alter. Scheiße! Hallo Leute, es geht wieder ab und zu einem neuen Abenteuer. Heute bin ich hier in Kalifornien, Nationalpark Josemite. Josemite, Josemite Nationalpark. Zusammen ein paar Abenteuer erleben. Ihr werdet euch natürlich wieder mitnehmen. Da starten wir mit dem Horsetail. Dann haben wir Wasserfälle. Wir haben große Doms. Zuerst gibt es jetzt ein Café. Wir sind relativ früh jetzt unterwegs. Man sagt, man sollte vor 8 Uhr hier sein, damit man Parkplatz hat und solche Sachen. Nochmals kurz zum Eintritt. Also für ein Auto zahlt man 35 Dollar. 35 Dollar für das Auto. Da könnt ihr dann 7 Tage reinkommen. Also 7 aufeinanderfolgenden Tage könnt ihr dann in den Park reinfahren. So, wir werden jetzt einen Kaffee organisieren. Und dann werden wir losgehen. In der Nähe des Josemite Pfalz. Super easy zum Wattlaufen. Das sind ungefähr nur 5 Minuten. Von der Village. Wir werden jetzt da noch ein bisschen näher rangehen an das Ganze. Und ein bisschen Detail. Das war's. Wie ist das? Und das war's. Das war's über dem Wasser. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. jetzt einen kleinen creek die bäume die atmosphäre ist atemberaubend also hier beim viewpoint die energie extrem unbeschreiblich schön ruhig frischer duft von pinien von bäumen es fühlt sich alles so fresh an und irgendwie der freiheitsspirit kommt raus hier wäre ein super ort um zu campen wasser bäume natur alles super hier wasser könnte man hängematten aufstellen schaut euch mal diesen brummer an hier richtig fettes teil hat sich da eingeklemmt der macht keinen wank hier ja 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 Weeeeeee! Woah! Jump! Vielen Dank. Schaut euch das an. Perfekt geschnittenes Halswut. Perfekt. Das könnt ihr mit perfekten Feuer machen. Schön trocken. Perfekte Stücke. Nice. Willkommen beim Josemite Falls. Beim unteren Fall. Liegt schön hier. Es hat ein bisschen Touristen jetzt. Aber nichts der Rede wert. Wir haben jetzt die Josemite Falls verlassen und machen uns auf den Weg zu den Nevada-Fallen. Das hier ist der Halbdurm. Das ist von Apple. Das ist ein berühmter Wallpaper. Wir werden jetzt aber hier zwischen dem Sentinel und dem Halbdurm eine kleine Rundwanderung machen. Die Unwanderung dauert ungefähr drei Stunden. Es sind knapp drei Kilometer. Zwei oder dreihundert Höhenmeter. Und da hinten könnte man dann noch auf den Halbdurm rauf. Aber um auf den Halbdurm rauf zu kommen, braucht man eine spezielle Bewilligung. Die wir logischerweise nicht haben. So, Weg ausgetreten. Schön. Strasse. Es hat Shuttle-Busse hier, die dich überall hinbringen. In diesem Josemite Walli. Die Geschichte und so ist schon interessant. Wie das alles hier entstanden ist. Und sehr happy, das mit euch zu teilen. Schaut doch diesen Platz hier an. Nice. Schaut doch diesen Platz hier an. Halbdurm. Es fühlt sich so an, wie wenn ich in meinen eigenen Wallpaper vom Mac reinlaufe. Es ist wirklich ein unbeschreibliches Gefühl hier. Da ist der Norddurm. Da ist das andere Valley. Wir werden aber in dieses Valley da reingehen. Das ist jetzt der Weg hinauf. Sie werden während den Pfeils. Ich habe jetzt gleich mal eine Sekunde erwischt, wo es keine Touristen hat. Komplette Touristenströme hier. Also kommt ihr auch mit dem Wheelchair, mit dem Rollstuhl kommt ihr hier rauf. Komplett easy, hier rauf zu gehen. Ich vermisse ein bisschen das Wanderfeeling. Ist nicht so ganz hier. Das ist ein bisschen hoch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schiff, 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 schiff. Willkommen bei den Vernon Falls. Hier im Yosemite Park, das ist der erste dieses Trails und wir werden jetzt da hoch gehen. Da oben werden wir kurz chillen, runterschauen und dann nochmals 300 Höhenmeter bis zum nächsten. Jetzt wird so eine Kletterpartie hier entwickelt. Zum Glück hat es Stufen relativ easy, aber es raubt einem trotzdem den Atem, den Schnaufi hier hoch zu laufen. Aber bald werden wir mit einer exzellenten Aussicht belohnt. Das heißt dranbleiben. By the way, bevor du das Video bis jetzt geschaut hast, würde ich mich natürlich extrem mit einem Like freuen. Wir kommen auf den Wasserfall, Vernon Wasserfall. Von da hinten sind wir alles gekommen, durch die Kurve. Von ist es der Wasserfall. Es ist voller Leute hier. Aber es sieht echt gemütlich aus. Jetzt werden wir uns einen Platz suchen irgendwo da und etwas essen. Das sind auch unsere ständigen Begleiter hier. Squirrels. Und die einen heißen Chicletas oder so. zwei verschiedene Squirrels oder Eichhörnchen Sorten haben wir hier. Ich habe gleich einen Vorschlag bekommen von einem super Freund hier. Hier rein zum Wasserfall rüber. Schauen wir mal ob das klappt. Bitte nicht. Take your time. Hold up. I can hand that to you if you like. Sure. It's completely safe. Here. I'll hold this. Trust me. It's the coolest thing you'll ever do in Yosemite. You alright? Yes. There you go. And I'll be right here to help you guys out. Fantastic. And then there's another drop. Yeah, that drop I'm not doing. You know what I'm doing? I'm not doing that second drop. You're gonna come back. Okay. Oh, come on. I'm not doing the second drop. Buddy, it's totally, it's completely fine. Yeah, it's not too deep. It's not too deep. It's not too deep. Here. Grab his hand. Isn't it? Hey, I'll be. Hey, I will be. What's your name? Robin. Robin, I'll be right here for you. Fantastic. What's your name? My name's Greg. Greg? Alright. Appreciate it. Let me check if I... Feet first! Feet first! I'd go feet first. Yeah, go feet first. Fuck, man. Why am I doing that? You're good? Trust me. It's so worth it. You'll get out. You good? Alright, guys. Woah, woah, woah. Shit. You okay? Yes! I hope that the part breaks out. Scheisse. Herz am poppen, man. Herz. Adrenaline auf 180. 180. I'll tell you. Fuck. You're good, man. Yeah, I'm good, man. Shit. 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 Es ist 100% safe, der Mann sagte mir, es ist 100% safe, aber meine Bolz? Shit Alter, richtige Panikattacken, Mann! Scheisse, okay, 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 geil, geil, was für ein Ausblick! Oh yes! Ab und zu muss man einfach mal machen, was einem fremde Leute sagen! Geil, was für ein Erlebnis, Mann! Richtig geil! Jetzt muss ich da nur noch herauskommen aus diesem Spann! Ich hoffe, es hat keine Spinnen hier! Wow! Wow! So, jetzt fängt die Klaustrophobie wieder an. Da muss ich mich jetzt durchzwängen. Schauen wir mal! I'm coming out! Wow! Power up! Es ist so, es ist so completely safe! I'm like... Oh, hier he comes! Hold on! Y'all good? Nice! Es ist super cool! Wait, wait! How long is the second drop? Hold on, boys! Hold on, boys! Oh, it's the second drop! You wanna get a pill? Thank you! Come, Lido! Come! Thanks, Rick! My balls were so small when I went to the front! We can do anything! I'll get the same! You have been? I'll get the same! I'll get the same! It's so cool!